Was in dieser Folge geschehen wird. Sei mal ehrlich, Digga. Komme. Oh! Seine Fresse wurde poliert! Kannst du wieder mit Stiles spielen? Ja, ich glaube, die Tage kann man wieder mit ihm zocken. Er zockt ja, glaube ich, nicht so aktiv, Forti. Ja, ich habe in letzter Zeit auch nicht so, aber jetzt wieder. Nur echte Männer gehen dahin. Nur echte Männer gehen dahin. Oh, Bruder. Nur richtige Krieger. Das hast du schon geil gemacht, aber. Ja, ja, man checkt es halt, wenn man ihn kennt. Ja. Und auch diese OGs, die passt richtig, aber. Nur richtige Warrior gehen dahin. Das kauft doch jeder ab. Nur richtige OGs gehen dahin. Er hat gerade eben gesagt, dass er mit Stiles spielen will. Als er dann so streamt, aber. Stalin. Stalin. Gott. Wie viele soll ich noch von den Skins töten? Oh, man, Digga. Meine teammates haben mich verlassen und die dachten wirklich, ich bin einfach ein Faker. Dabei war ich der Allerechte. Die werden weinen, wenn die das gerade auf Twitch sehen. Ey. Dayway, danke für den Sub, Bro. Was passiert hier gerade? Ich habe hier gerade das ganze Squad auseinandergenommen, aber es war auch pretty anstrengend, muss ich zugeben. Ah, wir gehen mal weiter. Ich habe jetzt einfach keine Mates, Digga. Ich spiele einfach Solo-Squad. Das ist so frech, ne? Ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf Solo-Squad. Ich wollte eigentlich ein bisschen... Ah, hier wird es schon. Wait. Wait, 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 wait. Da geht mal hin. Boah, es geht hier ab, Alter. Man merkt, du leißt, das ist eine Weifelkarte. Schöne Hits. Sag mal ehrlich, Digga. So ein wie mich gibt es nur einmal. Selten in der Rasse gerade. Also dieser 175er an seinem Gesicht, Digga, das war halt sehr frech gerade. Der war halt sehr frech. Digga. Der war halt pretty strong, Bro. Ah, Mann, ich wollte den Hatcher treffen. Stahliwood, Alter. Meine Güte, Digga. Ich habe den heftigsten Starter gerade gemacht. Das war doch so eine Sweater. Ich habe die eigentlich so rasiert. Wir landen dort. Wir landen, Misti. Ich weiß schon, dass Apo Red streamt gerade auf Twitch. Ja. Apo, Apo. Hi. Apo, Apo, übrigens heißt das Red. Bonso, ich bin nur hi, hi, hi. Hi. Hi, ich verstehe sich. Apo und nicht Red. Wir landen, Misti, Minos. Hi. Hi, wir landen, Misti, Minos. Hi. Wir landen, Misti, Minos, aber hi. Also high ground. Versteht ihr? Ja, ja. Okay, komm. Okay, komm. Okay? Komm. Okay? Komm. Das ist das schlechteste Soundboard, das ich je gehört habe, Digga. Ja, ist so. Das ist so. No front, dude. Oh mein Gott. Pro Player. Hilfe. Ja, Digga. Hat mich auch so auf Schrank. Der geht auch nicht um die Öffel, aber wie ist er? Uh. Ja, Digga. Der hat mich doch selken, der hat auch selken Streamstime, Digga. Ich kann sagen, was du wolltest. Der Typ ist aber so gut, das hat man so gemerkt. Wir streamstipen dich auch, weiß ich. Ey, Leute, komm, wir müssen Ding ins Resen. Geh direkt Resen, Jungs. Leon, wo willst du hin? Du gehst komplett falsch. Falsche Richtung. Ey, sag mal meinen Namen. Nein, Fahrrad heißt du. Jetzt hol mich gleich wieder. Nein, hol mich erst mal wieder, dann bleib ich deinen Namen. Stell dich hier auf die Seite. Genau so. Genau so, Leon. Leon, du bist der Beste. Du bist der Beste. Leon, du hast einfach verstanden. Du achtest auf Qualität, Digga. Wir klären das jetzt. Wait. Streamst du gerade? Warte, 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 warte. Ja, Mogen. Warte mal eine Sekunde. Du musst dich hier konzentraten. Er ist es. Er ist es süßig. Er ist der echte. Er ist der echte. Er ist der echte. Ich habe gerade nachgeschaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh nicht zumut. Oh mein Gott. Wie krass, Digga. Einer da? Abholen ist red oder was? Warte, ich muss aus dem Feld rausgehen. Oh shit. Oh mein Gott, du bist der echte, ey. Ich bin einfach der echte. Ey, Alex. Hey, Leute. Ja, schau auf, dritsch, Digga. Leute, es ist der echte. Jetzt werden wir das Ding hier machen, komm. Okay, komm. Ich habe halt ohne Rüstung. Wir werden gemarkt, wir werden gemarkt, raus aus dem Feld, raus aus dem Feld. Weg, 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 weg. Okay, okay, ja, ja. Es kann niemals der echte sein. Geh, anderes Gebäude, los, los, los. Anderes Gebäude, schnell, 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 schnell. Das ist ja wirklich. Der Chief, der Chief redet mit dir. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Komm, geh rein, geh rein. Ich beschütze dich, ich beschütze dich. Okay, okay. Komm. Lass die beiden, lass die beiden, komm. Warte, ist es nicht mich von der Seite? Das ist ja, ich sehe unseren Namen. Oh mein Gott, wie krass er. Er ist ja krass, ey, er ist krass. Er hat genug, ey, lass ihn aufhören, geh weg, geh weg. Ja, schau mal. Hey, du musst ihn jetzt... Oh, verdammt, ne Pump, ne? Hey, du musst ihn jetzt... Er ist ja echt, 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 echt. Er hat S.O. Oh, den haben wir auseinandergenommen. So, komm, wir müssen weiter. Oh, hä? Das geht hier gerade um Mutters Ehre hier, vertraut mir. Ich muss hier mit Pistol alles klären. Nimm meine Pump, nimm meine Pump. Ehrenmann, Bro, du bist ja der Ehrensupporter hier, wirklich. Können wir meine Karte noch holen? Schafft ihr das noch? Ähm... Ich versuch's. Hart auf hart, wenn wir einen Wagen finden... Ja, nur wenn... Ohne Wagen wird's zu unrealistisch. Hey, komm, hier vorne wartet schon mal, hier vorne ist ein Ding ins kaputter Automat. Den sagen wir mal kurz Hallo. Aber ihr könnt doch Dings wieder rebooten, oder? Was hab ich jetzt für eine Scheiße bekommen? Ach, scheiße. Ich kann den ja noch... Was ist das denn für ein Knacks-Item? Oh, scheiße, Digga. Ja, wahrscheinlich mein Name, Alter. Außer dann, ich seh den gar nicht. Ich dachte, man kann durch Wände sind. Ja, der ist auf dem Dach. Der ist auf dem Dach. Der ist hier, der ist hier. Die haben die Schamier zu. Äh, warte. Der Dreckige, der zeigt sich gar nicht. Ah, der hat mich gesniped. Schnell, schnell, schnell. Bitte. Jetzt hol mich. Mach doch nicht zu, Bro, warte, warte, warte. Geh da raus, geh da raus. Hau ab, geh dahinter, oder so. Komm, wir warten. Ja, versuch. Geht schon. Lass erst mal schön hochsteppen. Hier dann ein Gebäude. Ja, du kannst Red gerne sagen. Red and... Darf ich das auf YouTube veröffentlichen? Ja, natürlich. Kannst du gerne machen. Okay. Aber ey, verlinkst du mich auch? Ja, kann ich. Okay, richtig. Ich werde aber harter Fahrt sicherheitshalber noch ein bisschen angeln, Jungs. Bin ehrlich. Weil, Mascha Kopf, goldenes Skal raus. Bereite dich schon mal ein Boot vor. Wir gehen gleich easy. Aber ich werde noch ein bisschen angeln. Oh shit, die Wölfe, Jungs. Jungs. Ich habe Fische. Nimm das Fleisch mit, wenn ihr braucht. Ich sehe da oben fliegen welche. Ja, wir gehen mit Schadenpanis. Hier ist ein UFO. Okay. Wollen wir das UFO nehmen? Ja, lass mich mal fahren. Ich bin Pro-Player damit. Ich bin Pro-Player. Ja, okay. Ich habe die Dinger damals erfunden. Kopierter Text. Bist du bereit? Oh. Oh, oh. Mein Move mit aber. Oh, andere Liga. Andere Liga. Komm. Kopierter Text. Steig ein. Okay. Ja, lass nichts so. Lass nichts so. Ey, was liegt da? Was liegt da? Golden ist unten? Was liegt da? Golden ist unten? Was ist das? Spaß. Ah, ich bin eine Kackwaffe. Nee, das ist Alien-Dings. Okay. Ja, jetzt ist ein Alien. Guck mal jetzt, Freunde. Guck mal jetzt, Freunde. Wollen. Jetzt schieß andere UFO an. Wir gehen langsam runter. Auszeigen. Park ist komplett kaputt. Okay, habt ihr Marker? Wir wollen markiert. Ich mag hier auch, okay? Bleibt hier. Ich mag hier auch. Bleibt hier. Ich komme hier nicht raus. Was ist das für eine Scheiße? Ja, Digga. Tolle Seite. Ich bin low. Also, das ist ein Fisch, Bro. Oh. Verdammt. Hallo. Hallo. Haben wir? Sauber. Finish. Sauber. Oh, oh. Pressure. 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 Der, der, der Hit passiert. Der Fahrer. Wie gesagt. Er bringt alles noch. Er wird auseinandergenommen. Er weint gerade. Seine Mutter weint auch. Er ist dann. Ja, komm. Der hat nicht Spaß, Digga. Warte. Komm, komm. Hinterher, hinterher. Schnell, schnell, schnell. Ja, ich komme. Ich brauche die P90. Oh, mein Gott, rein weg. Wo sind die, Bro? Kopiert die. Ich bin zu schnell für ihn. Komme. Oh, seine Fresse wurde poliert. Mit Wachs. Krass, Digga. Okay. Ich habe seine Karte auch noch geholt. Okay, sehr wichtig, sehr wichtig. Das, genau das wollte ich hören. Nichts anderes. Ich brauche ein Mad Kid. Da liegt es doch. Du musst jetzt sagen, wir klären das schon. Klären das schon, ey. Okay, warte. Ey, wait, wait, wait. Nimm das. Friss, 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 friss. Schnell, schnell, schnell. Okay, komm. So. Hast du Jojo Part 6 Trailer gesehen? Noch nicht, Digga. Aber ich gucke ja langsam. Ich bin nicht dieser, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich 20 Folgen am Tag reinziehen, Digga. Ich mache auf, entspannt, Freunde. Aber man muss auch mal den genießenden Hasen aktivieren. Ey, wenn du nur noch Minis brauchst, da liegen welche, ne? Also 6 on Stack ist immer gut. Ja, ich nehme nochmal welche mit. Okay, wollen wir Dingens? Lass mal unseren Mate wiederholen. Komm mal, ich habe einen Plan. Wir nehmen jetzt diesen Baba-Wagen hier. Natürlich, ich fahre den, weil ich habe Führerschein, du noch nicht. Und danach fahre ich jetzt mal mit voller Kanne dahin. Und wir holen ihn wieder, okay? Das ist auch ein guter Plan, seien wir ehrlich. Ja, geh kaum. Ja, richtig. Gegner bei uns. Ich markiere. Wir gehen jetzt hin. Warte. Oh mein Gott, das riecht nach einem Headshot. Oh, ich habe eine Lille, Spaß. Oh, nice, nice. Oh, 200. 200. Okay, komm. Ja, ne? Ich werde angeschossen. Wir haben uns gemacht. Okay, bau zu, bau zu. Leon. Nein, ich wollte nicht dreckig geholt. Deswegen ist Makas scheiße, Digga. Hau mich schnell wieder. Hau mich schnell wieder. Hau mich schnell wieder. Was? Ich lehne wieder. Statt, statt, statt. Nein, nein, nein. Oh, Schüsse. Ich kann mich gar nicht schwer. Ey, sei mal ehrlich. Das ist Makas, Alter. Ja, Digga, ich bin down. Dieses Marke-Item hat Public ruiniert. Es hat Public ruiniert einfach. Es hat zerstört. Geh raus. Fuck, Digga, was soll ich machen? Der Head to P90 hat ihn sogar besiegt. Bro, Texte, du musst klären. Texte, zeig deine Katastatur-Skills jetzt. Zeig, dass du der Echte bist jetzt. Bam. Oh, nice. Stabil. Bro, du machst das. Nimm die besten Waffen, die er hat. Nimm Spaß, 12 Bro und Gold. Bro, du weißt selber Bescheid. Red. Bleib in Bewegung. Die haben Marker-Item, okay? Bleib in Bewegung. Es sind drei. Es sind die letzten. Du machst das. Du machst das. Ja, du machst das. Geh high ground. Geh high ground. Geh high ground. Geh high ground. Pyramide bauen. Pyramide bauen. Ganz knappe Nummer, Digga. Ganz knappe Nummer. Ja. Ey, Red, kannst du mir eine Anfrage schicken, bitte? Ja, wir klären das schon. Wir klären das schon, Leute. Wir machen jetzt. Lass doch mal random Scots. Wir klären das schon, Leute. Wir klären das schon, Leute. Wir klären das schon, Leute. Wir klären das schon, Leute.